Guten Morgen, 21. Dezember, 3 Tage noch, die Spannung steigt. Deswegen kommen wir auf ein spannendes Training heute. Darum einladen zu einem kurzen Gleichgewichts-Kordinationstraining, Wirbelsäul-Training, Ihr taucht meine Matte, wenn Ihr möglichst eng einholzt, und wir stellen uns dann auf diese Matte. Einfach mal auferstellen. Die ganze Matte ist weiter noch eine Hälfte oder ein Drittel, je nachdem wie dick die Matte ihr seht, was ihr anstatt ab geht, dann instilliert. Vertragt es. Einfach mal auferstellen und einmal die Balance erbringen und das Gleichgewicht halten. Weite Kniewinkel, weite Bauchspannung. Dann fangen wir an den Kopf zu nicken. So, ob sich da was tut. Wenn wir immer stabil sind oder ob das schon Schwierigkeiten bereitet. Okay, fragt es einmal an. Ein Eugler bringt den Kopf zu. Da wird sich auf jeden Fall rühren. Und dann schau es wieder so. Okay, wir öffnen die Augen, das Auge. Manchmal linken Becks schauen. Maximum leid. Die Halswirbelsäule als bewegtes dabei. Der Virusäule soll natürlich auch regelmäßig gehalten werden und bewegt werden. Also schauen, ob man stabil halten kann, stehen kann. Und wenn man öfter wieder ein oder zwei Augen schließen. Das ist einfach immer ein Auge wechseln. Wenn man die Seite, die Richtung wechselt. Okay. Locker. Und dann versuchen wir einfach die Bewegung einzeln. Ganz kleine Schritte einmal. Mäusenschritte. Ganz leicht einmal die Beine von der Warte anheben. Das Bleibbretterein. Und dann immer mal größer. Immer mehr zu Knie nach oben ziehen. Und dann wirklich große Schritte machen. Je größere Schritte werden, umso enger, wo sie stehen. Und sonst werden sie recht ingestabil. Wenn man so steht, ist sie recht grün stabil. Das muss ich dann hier automatisch umsetter zusammen machen. Okay. Dann bleibt zusammen oben mit einem Bein. Dann geht Knie auf Hüfte hin. Und dann rotiere wir innen und außen. So ungefähr auch bis zehnmal. Vier. Fünf. Sechs. Eben. Acht. Neun. Zehn. Wechsel. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Und wieder in Bewege bleiben. Die Metapher fürs Leben. Okay. Und reichen fort hinstellen. Schulterbreit. Überweiter durch die Matte vom Rand hinaus. Augen aus gespannt. Kniebeugen. Also ergänzt dieses kleine New Workout gern als Aktivierung, als Aufwärm Routine hernehmen. Zu jeder Art von Training. Egal ob es eine Ausbau ein hat oder eine Trance ein hat. Vier. Noch fünf. Wenn es geht. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Bleiben. Bleiben. In einer Position zurück. Das ist halt. Pause. Wir kombinieren das jetzt. Die Kniebeugen mit einer Oberkörperrotation. Das heißt. Wir gehen runter. Und beim Aufgehen der Portiere. Neue Seite. Nächstes Mal auf die andere Seite. Schauen wir mal, dass wir mal die Zähne schaffen. Acht. Äh. Die Acht sind noch. Drei haben noch. Sechs. Da geht noch vier Stück. Letztes Mal. Einmal umbleiben. Durchgehend umbleiben. So, folgendes, wir kommen in die Position der Standfrage, passt leicht, der Kniewinkel, Gesäße ist schön angespannt, auch nicht zur Seite, möglichst parallel zum Boden, die Körperaxen und Aussichtung, das Spielbein, wenn du das Knie schaust, bitte nicht das Fuß Spitze nach außen, wir zeigen, was ist denn das Fußspitzen, kommt nach unten, wir müssen das Bein noch hin und rollieren, Daumen hoch, feste Züge, Schulterblätter, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, So, bleiben wir seitlich und zwar als Schwimmbewegung, wiederum aus dieser Position der Standwaage. So ein Wischbewegung. Halte jetzt lieber die Arme hoch, das ist ein schöner Spann, das Schuhdopfer da ist. Vierer haben wir. Vier motieren wir noch, wenn es geht. Fünfer haben wir. Noch zwei. Und der letzte. Bis nach vorne. Fertig machen. So, ihr werdet schon ums gelaufen. Einmal noch, andere Zeit. Gleich oft, achtmal wenn es geht. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Sieben. Hala. Und. So, das war's noch. Okay. Zum Schluss ein bisschen, was dynamisch ist. Zeh und Erholungen. Knie und Ellbogen zusammenführen. Relativ zügig. Wir bleiben hier aber aufrecht. Jetzt. Wir rotieren. Wir rotieren. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Und. Da können wir auch schon die Matte verlassen. Und. 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 nochmal wieder ausmachen. Zehn. Zehn. Links, rechts. Ganzes Becken geht mit. Einmal beide mit Passieren. Jetzt. Und. Aber schon. Dazu. In der Virussäuge. Post Virussäule fahren. Okay. Noch dreimal schlafen gehen. Und. Am 24. gibt es eine große Barschung. Liebe Augen. Okay. Passt. Danke für den Mitlaufen. Deuter 3. Schöne Einladung. Baba.